Letztes Mal hatte ich noch gefragt, sollen wir nicht mal Squad Rush spielen oder meint ein paar von euch völlig zu Recht? Ja, das wird ja ein ziemliches Gemetzel, deshalb spielen wir noch mal Rush und diesmal Firestorm, denn das haben wir noch nicht gemacht. Das ist übrigens Battlefield 3, wer es nicht gemerkt hat. Oh, das war schwierig zu erkennen. Ja, das ist grad schön. Ja, er fährt ein Panzer zur Mitte rein. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Panzer rechts außen. Jetzt steigt bestimmt einer aus, um mich so zu holen. Panzer links ist weg. Hinter uns schieb. Hinter Bravo. Aua, Aua. Ja, danke. Ab dem M war bei Bravo. Hast du ihn? Panzer rechts. Oh, was ist denn das? Ah, da blockt mich einer, deshalb. Der braucht man bei Bravo. Ja, der wollte mich grad besser, die Sau. Ich dachte, warum kann ich jetzt hier nicht schießen? Seid mir ungemessert, der Limmel. Sind irgendwo Panzer? Ja, grad keine. Aber, aber viele... Auf der Hauptstraße sind welche? Viele Fußgänger. Also keine Panzer, aber Fußgänger. Ja, ich steh mal raus hier. Wer schießt denn hier auf mich mit so einer Platte? Ähm... Ja, rechts. Das war über die linke Seite. Rechts sind Fußgänger zwischen den Silos? Bei Bravo. Dann räum ich mal die Silos ab. Boah, was wackelt mir jetzt hier so, was war denn das gerade? Das waren die Silos. Ach das, ja. Ich bin hier, glaub ich, gerade angesnipert. Die haben Bravo gesetzt. Ja, ich hab's zurück. Wir sind im Haus dabei. Achso, ähm, Klaus, du bist Chef, ne? Ja. Jetzt kannst du mal Ziele setzen vielleicht. Genau. Erledigt. Bravo. Aus Dauern. Ich hab immer noch meine Minen dabei, die muss ich mal loswerden. Oh! Boah! Tag, 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 hin da schnell! Versuch zu markieren irgendwas. Hab ich. Naja, alles gut. Panzer kommt! Rechts außen ein Infanterist. Ein Pionier ist das. Klaus, ich komme hier aus. Panzer erledigt. Jawohl. So, äh, links, genau, die hast du schon gesehen. Links von mir, genau. Jetzt schießen wir mal ein bisschen mit. Ah, kurz Fuß hin. Denn da oben in dieses Tal, da kann man... Kann man mal ganz schön Minen hinlegen. Jupp. Panzer erkannt. Ne, hier war doch eben noch einer. Jawohl, Panzer bekämpft. Handshot zwei, disabled. Ist jetzt weg. Einer noch. Ne, jetzt ist er weg. Auf die rechte Seite. Auf die rechte Seite. Bleib längst. Ich bin jetzt ganz weit vorne. Ah, fuck. Hm. Und da hat's mich aber schon erwischt. Ähm, Kloss und Vinci ganz links, zwischen den großen Silos, diesen unzerstörbaren. Da sind welche gerade gedroppt. Wir haben immer noch die Stats aus der letzten Runde. Naja, soll mir auch recht sein. Äh, Kloss, ich komme bei dir raus und... Er? Ja. Einer ist weg. Da ist der Minenkill gewesen. Schade, man hat ihn nicht sehen können. Aber ein. Sehr schön. Ich hab da jetzt nichts weiter gesehen. Wo Kampfpanzer? Ja, soll ich mithelfen? Winchester bei dir. Abmarkiert. Angeschossen. Jetzt steht leider gerade einer am Weg. Egal. Ist down. Oh, cool. Geh ich auch noch. Ich hab ein Panzer auf der rechten Seite disabled. Huch, den haben wir gar nicht gesehen. Da fährt rechts, fährt er noch ein Jeep. Und ein Fußgänger. Achtung, Jett. Der Fußgänger ist down, da läuft nur einer. Ich fuhre mich aber drum. Zweiter ist auch down. Oh, links ist alles frei. Was, mit dem Panzer rechts gewonnen? Der ist weg, ja? Der ist erledigt. Haben wir schon so schnell jetzt so viele, so viele Tickets verbraucht? Haben die nur noch... Ach, ich sehe nicht die da neben dem. Achtung. Ja, einen hab ich. Zweiter ist ausgestiegen und hat mich. Oh, geil. Super, ich wollte gerade sagen. Auf so einem Maps gibt es natürlich seltenst Medics. Denn es lohnt sich einfach nicht. Uh, das ist jetzt gefährlich. Schön in die Sonne rein. Äh, Sporn-Beacon. Sporn-Beacon in der Nähe von A. Ich gucke mich um den Panzer, der da kommt. Der Markierte. Ab den links oben. Kommt einer direkt von dir vor mir. Gut. Noch ein Tank. Hab einen, einer kommt auf. Tank markiert. Tank markiert. Hab einen Panzer neben mir. Oh, ja gut. Heftig, heftig. Ich komme, ich komme. Oh, da ist aber... Ja, da ist so viel los. Da sind aber noch... Bei Fabis Leiche, da sind noch ein paar Infanteristen. Alles klar. Das war eine kurze Runde. Das war eine kurze Runde. Waren das wirklich, äh... Alle Tickets? Das waren 100% Tickets. Ach. Achso, 100% sind ja nur 75. Gut, dann geht das natürlich... Jaja, das sind 75 Tickets. Dann geht das natürlich schnell. Wer sich, äh... Ob der, der Stats wundert, wir haben vorher schon mal eine Runde gespielt zum Warmmachen und damit der Server voll wurde und die Stats sind irgendwie stehen geblieben. Ähm... Weiß nicht genau warum. Macht aber auch nix. Ich glaube, der Kloss hat auch nix dagegen. Ach, da brauche ich gar nicht mehr nachzuschauen. Der sowieso nicht. Das war ja immer noch eine Herausforderung von den letzten Runden mal, das ganze Squad auf den Plätzen 1 bis 4 zu halten. Diesmal verinnern wir es raus. Ja, ja. Ich habe bei der letzten Runde nicht so viel gemacht. Achso, klar. Ja. So Kloss. Jetzt fangen wir bei 0 an, ne? Alles klar. So, als Ankengreifer brauche ich natürlich keine Minen. Sondern... Oh, shit. Gib mir ja auch wieder ein Panzer. Ich bin am blödsten Punkt überhaupt gespawnt. Und mir den Jet. Ich laufe mal... Oh, ernsthaft. ...zu Alpha. Kloss, willst du mal Alpha setzen? Und wo seid ihr denn so unterwegs? Ich kann einen Panzer bekommen, das ist ja ein Traum. Könntest du mich glatt abholen. Ich bin der einzige, der ganz vorne gespawnt ist. Und jetzt auch schon gleich vom Panzer weggefickt wird. Ich versuche schon die ganze Zeit Ziel zu setzen. Er macht es aber nichts. Er hat markiert. Och und jetzt letztlich der... Oh, komm. Jetzt müsste der Jet auf dich gehen klassen. Warum gibt es das überhaupt? Warum gibt es diesen vorgelagerten Spawnpunkt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt braucht ihr... Ja, Jet gedacht. Mit der RPG. Aber schön gemacht. Kampfpanzer. Ah, ich rapp dich. Da steht der Panzer. Ist markiert? Ach ne, was ist das? Ach, das ist das blöde Auto. Gut, ich steig jetzt... Wenn du mal kurz innehältst, dann kann ich... Kann ich reparieren. Aber willst du nicht, ne? Setzt du Alpha oder geht's nicht? Äh, geht schon. Warte, ich repariere. Warte, wir müssen stehen. Wollte der wieder Infanterie? Siehste? Ja, er macht es einfach nicht. Oben ist er. Stockwerk drüber. Ich gehe hoch. Und davon da kriege ich es auch gleich. Zwei oben. Mei, mei, mei. War schon immer scheiße im BV, ne? Die Einsatzziele zu geben. Ja, das haben sie im Vierer viel besser hingekriegt. Aber da geht das ja kaum noch. Ich mach die ganze Zeit, das geht nicht. Ja. Oh! Ein Jet! Fahr an Alpha ran. Muss gar nicht mehr... Was hab ich denn da für Waffen? Geat. Okay. Oh, Mann, das hab ich ja schon lange nicht mehr gemacht. So... Das konnte ich ja mal. Dead, gespottet. Kurbel, kurbel. Oh, der hat mich auch gleich gesehen. Schade. Der Sparbo geht nicht mehr. Äh... Na! Toll. Weiß er nicht mehr, wie es geht. Komm, der ist mit Jet in zwei. Ach, komm. Geiß es. Geh mal, komm. Gib mir den Jet. Ja, ja. Natürlich ist mir nicht frei. So, ich lande mal direkt auf Bravo oben. Wobei. EGW? Ja. Hier will ich landen. Oh, 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 oh. Ach. Oh, 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 oh. Oh, nein! Jetzt... Jetzt zur wenigsten Start-Off. Ah, gut. So. Unter mir stehen... Unter mir stehen zwei Panzer. Steigt aber komisch... Ah, Panzer fährt los. Ja, wird bekämpft. Rumpf. Disabled. Oh, ich komm bei Fabi raus. Ja, das ist ne gute Idee. Aber ich komm gerade... Meine Maus ist weg. Das ist... Derbe nervig. Ich... Ich kann gerade... Keine Klasse wechseln. Wow. Also, ich sitze hier wirklich zum Spawnen. Gerade ganz, ganz schön. Ja... Tut mir leid. Da... Gerade ist der Jet gespawnt. Und... Ich konnte nichts dagegen tun. Mein Finger hat direkt auf den Jet. Ah. Wow. Was ist denn das? Da hinten ist noch einer. Boah, wie man halt niemanden gekillt bekommt. Ja, wenigstens so. Ich mach mal die Gefahrquelle weg. Kann einer bei mir spawnen mir... Ach so, hier lebt ja alle noch. Bei B sind's auch noch. Was machen die denn da immer noch? Boah, jetzt werd ich so ganz sniper. So, stehen da auch irgendwelche Panzer? Oh, da sind ja viele. Fahr mal rüber. Wo links von uns? Fabi? Ich hab das Gefühl... Hier kommt... Gerade keiner hoch. Jetzt sterb halt! Oh, sämlich. Kommt links über die Straße. Warte, ich hab dich. Langsam Zeit! Jetzt mal bitte reparieren. Ja, schon dabei. Schade, das... Ganze Gefecht findet gerade so ein bisschen ohne mich statt. Ach, da kommt der... Memphis ganz langsam angeparkt. Hast du reaktiv irgendwo? Ja... So, jetzt aber. Gibt's mal kaputt da. War ich denn da hinten aus? Ja, das schießt sich ganz gut von hier oben. Ja gut, das Ding haben wir ja wohl. Oh, Panzer? Kaputt! Oh... Nice! Ist da einer drin sind, oder? Ne. Noch ein Panzer? Hier rechts neben uns. Na, ich hab ihn gesehen. Wo ist, wo ist Panzer? Seh ich nicht. RPG, von oben. So, jetzt bin ich dann gleich bei meinem letzten Magazin. Ähm... Kloss hat noch Platz, aber... Da laufen noch bestimmt ein paar... Ja. Ein paar... Versorgung. Ja, ich komm ohne. Ja. Bleiben sie ein. So. Dann direkt geradeaus im Haus. Und oben auf dem Dach auch noch. Setzt mich mal vor der Tür raus. Dann geh ich nämlich direkt ins Dach hoch. Ja. Die vier da oben dabei noch. Uh... Uh... Das wird schlecht für mich enden, fürcht' ich. Warte hoch. Ah... Oh, vielleicht geht's aber auch. Wir umfahren die Halle. So. Recht. Dach ist, äh, Frieden. Oh, was will ich denn jetzt sein? Gut, befriedet, ja. Ja, alles befriedet. Vorschriftsmäßig befriedet. Und hier noch ein... Spawnbeacon aufs Dach. Ja, Halle sind welche. Und was will ich denn damit? Sind irgendwo Tanks? Keine Tanks. So, kommt dann... Find ich jetzt... Support! Ich bin bei, äh, Alpha auf dem Dach. Mach mal die... Mach mal die Hallen auf, ne? Bei Alpha ist auch noch. Mach mal hier noch. So viel. Okay, ich hab keine Ahnung, von wo das jetzt kam. Boah, neben uns. Haben wir nicht gesagt. Boah, 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 boah! Boah, boah, boah! Oh nein! Gemessert! Oh, das tut weh! Oh! Aber der freut sich jetzt. Bödem! Der Gummiechse! Das ist mein Dach! Ja, jetzt pass mal auf! Kommt ja gleich wieder hin, du Typ! Oh, abgesprungen. Das wollte ich gar nicht. Na ja. Seh ich schon. Nein, 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 nein! Oh! Oh, jetzt hat er mich aber gar nicht gesehen. Reden wir nochmal drüber, wem das Dach gehört. Ja, der hat einfach mehr Munition! Scheiße! Ich red da gleich mit dir mit. Was macht ihr da? Ihr wartet auf schönes Wetter? Wir warten auf neuen Panzer. Was nehme ich denn da? Ähm. Sani, als Sani nimmt man immer das M16, ne? Das nehmen doch irgendwie immer alle. Ach wo, G3? G3! 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 G16! Warte, weil wir jetzt alle nehmen! G3! Seelen-Ernter. Oh! Oh, mein Dach! So. Ich nehme das Auto, das ist mir zu doof. Hey! Vielleicht nehme ich das Auto doch nicht. Der fahrst du weg! Nimm ich halt doch einen Panzer. Ach, hier ist eine. Einer! Ah! Gut, voll. So, jetzt gucken wir nochmal, ob ich den Einsatz zählen kann. Ja, endlich! Das gibt's ja. Links läuft ein Fußgänger rum. Auf dem Dach oben wieder bestimmt der C4-Versorger. Muss wieder zum Jet. Der Starter gerade. Mal versuchen zu markieren. Ach, von der Jet. Was? Der lebt immer noch rein. Ich kann grad leider nichts machen. Markiert. Da ist das, riecht aber nach Panzer da. Oh, Pilot ist ausgesprungen. Ja. Etf. Sah aber schön aus. Wir fahren ein bisschen zurück, den einen hab ich und den anderen krieg ich auch noch. Achtung, vom Dach C4. Ja. Ich sehe ihn nicht. Der hat C4 niemanden mehr. Hab ihn. Nice. Taucht schon mal kurz am Rand da auf und werf C4 runter. Geh dann mal hoch. Na gut. Das ist klar. Kann ich den treffen? Ist die... Ach, ist die Fused worden? Ja. Jetzt wird's dann aber langsam eng hier. Gut, dann geh ich da mal rein. Bei 10 Tickets springe ich ab und lauf mit rein. Oh. Links außen an der Halle stehen noch welche. Hinter den Trailern. Pff. Ich glaub es geht los ey. Wir werden sie langsam größenwahnsinnig. Shit. Ist hier ganz schlecht hier. Ach der ist verpackt. Seit mal ausweichen. Ah jetzt. Ich mach's immer falsch. Ich drück immer auf Space weil ich dachte ich muss... Ich versuch da jetzt immer reinzukriechen. Da sterben ganz viele von uns ständig. Jetzt aber. So jetzt erstmal neu orientieren. Ist schon down. Ja. Marat. Marat Orze. Ah oben. Ah nein. Die schon wieder gemessert. So jetzt komm ich wieder drauf. Ne doch nicht okay. Ich war grad mein Jet im... Ja jetzt sind aber so viele da drauf. Kloss fahr vielleicht mal ein bisschen näher ran. Ah ja. Top. Moment. Geil. Hier kann man ja sogar auch noch... Gerätzt werden wenn man gemessert wurde. Das muss doch auch aus werden. Dann stirbt der denn nicht. Macht der. Wir legen A. Oh war das knapp ey. Zwei versorgen an meinem Panzer dran. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Raus. Das ist der Karre. Oh ja. Ja. Oh. Das wird auch immer noch angezeigt. Ach wie war das mit der Information. Dach ist frei. Ach das ist doch schon verjährt gewesen. Das ist doch scheiße ey. Ich wollte grad sagen. Die Information hab ich dir vor 5 Minuten gegeben. Ja hier steht noch einer rum. Kann ich dir noch messern hier. Wow. Äh. Und wie von... Aus unserer Base. Richtung unserer Base bin ich angeschossen worden. Ah ne. Irgendwas ist hier kaputt. Ja ja der ist... Ich bin nichts. Ja hier ist bei mir ist immer noch einer fälschlich. Wird als lebendig angezeigt. Wird als lebendig angezeigt. Wird nicht messern? Nö. Ne das hab ich auch schon probiert. Links auf der Straße läuft ein Sniper. Macht die Minen platt auf der Straße. Ab innen. Boah der eine... Gegner der so markiert ist. Der macht mich ganz nervös. Ja. So. Wo wollen wir denn hin? Wo seid ihr da? Auf mir voraus sind gerade... Oha ganz viele weggestorben. Ja stimmt man da. Finder. Links links. Einer riech. Okay. Einer rennt da noch. Ja hier rennen noch ganz viele. Wo ist er? Aber der fahrt noch hier. Ja so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist G3. Ein Tank. Spottet. Ich mach ihn gleich mal weg. Ja. So ich geh an Alpha ran. An Alpha ran. Ehh. Anal voran. Oh. Ja. Ehh. 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 Soll ich mal klatschen? Kichert da da vor sich hin. Jaa ich... Ich musste gerade... an meine WoW Zeiten denken. Und in WoW... da gab es immer so ein... so ein Spiel im... ich nenn's mal allgemeinen Chat... vom Server auf in so einer... in den Städten. Sagen wir es gleich. Dann hat man immer seine Fähigkeiten... dann hat man seine Fähigkeiten gepostet von den... aus. Und dann gab es sowas wie anale Hinrichtungen. Und dann hat man da immer anal vorgeschrieben. Weil das so lustig klang. Und dann hat man sich in die Faust gelassen. Iiiihihi. Oh ist das witzig. Wir haben es gleich geschafft übrigens ne. Ah. Puckchen ist mir viel zu groß. Jawoll. Jawoll. Schön. Schön. Das war aber doch recht... recht zäh ne. Ach ähh. Kloss? Ja? Was denn? Kloss? Wo bist'n du da? Also mit den Punkten in der vorigen Runde... kommst du doch lange nicht dahin. Vor den vorigen 3 Runden meintest du 2. Eheh. 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 Und noch lange nicht. Also... 6900 Punkten in 2 Runden und 4.000... Ja sagen wir mal 700 in einer Runde. Ne? Dieser... Dieser alte Prahlhans. Naja. Wer denn? Hat er sicher auch verdient. Naja jetzt warst du ja mal wieder im Chatten. Im Chat, ne? Ey der Kloss der hat angefangen. Oh den Manchester da muss man tatsächlich ein bisschen suchen. Ja. Ja ich weiß. Da muss man aber scrollen ey. Die haben doch gar nicht... Leider. Die haben doch gar nicht mitgespielt. Tiefen 6. Naja. Gut. Nächste Runde. Nächste Folge kommt übermorgen. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.